Hi, ich bin Denis Vitaljev, Calisthenics-Athlet und Trainer. Und wir sind hier in Berlin. Im Sport hat mich am meisten überzeugt, dass es recht zugänglich ist und unkompliziert. Das heißt, man kann mit dem eigenen Körpergewicht überall ungebunden an ein Fitnessstudio oder jegliche Räumlichkeiten oder Geräte sehr effektiv trainieren. Das heißt, wir benutzen unser Körpergewicht, das wir immer haben. Und damit bauen wir Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer auf. Calisthenics ist sehr vielseitig und man kann sehr unterschiedliche Leistungslevel abdecken. Das können junge Leute machen, das können alle Personen machen, das können Männer und Frauen machen. Das können Leute machen, die eingeschränkt sind in der Bewegung. Unser Fokus liegt vor allen Dingen in dieser Kraftentwicklung und in den Skills. Es geht uns nicht darum, tausend Wiederholungen zu machen, sondern es geht darum, dass die Qualität der Ausführung letztendlich das Entscheidende ist. Unser ganzes Wissen, was wir bis jetzt gesammelt haben und das Wissen, was wir in den Trainingseinheiten täglich praktizieren, wird in der Viking Step digital umgesetzt. Folgen sind nicht besser. Dieses Mal mit Kevin ist hier mit den Augenblick und mit dem gì ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017